Hallo liebe Tierfreunde, ich bin Matthias, ich bin Tierarzt bei Fressnapf und wir sind heute hier zu Gast bei Miriam und Bailey und ihren Welpen. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Wir möchten euch heute einen Einblick geben in das Leben und die Entwicklung der Welpen. Wir werden euch mit vielen spannenden Informationen versorgen. Viel Spaß! Wer sicher gehen möchte, dass während der Trächtigkeit und bei der Geburt alles glatt läuft, der sollte sich natürlich vorher ausreichend informieren. Ganz wichtig ist auch die Informationen vorher einzuholen, bevor überhaupt die Hündin trächtig ist. Wenn die Hündin dann trächtig ist, ist es wichtig die Ernährung anzupassen auf den erhöhten Bedarf. Ab dem 22. bis 26. Tag kann man per Ultraschall schauen, ob die Hündin überhaupt trächtig ist oder ob vielleicht eine Scheinschwangerschaft vorliegt. Und mit verschiedensten Verfahren kann man herausfinden, wie hoch die Welpenanzahl ist. Das ist insofern nicht schlecht, als dass man dann bei der Geburt sicher gehen kann, dass auch alle Welpen wohlbehalten zur Welt gekommen sind und man sich keine Sorgen machen muss, dass noch ein Welpe nicht geboren wurde. Man sollte auf jeden Fall mit dem Haustierarzt schon mal sprechen vorher, wann die Geburt ansteht, ob da gegebenenfalls rassebedingt Probleme drohen und man da vielleicht schon anders unterstützen muss, weil normalerweise schafft so eine Hündin die Trächtigkeit und die Geburt relativ gut alleine. Sie braucht eben viel Ruhe und dann ist es wichtig, dass eben nach der Geburt dann der Haustierarzt noch mal schaut, ob auch alle Welpen wohlbehalten zur Welt gekommen sind oder noch ein Welpe in der Mutter ist. Und dann wird man sich entsprechend die Welpen anschauen und gucken, ob alle Welpen gesund sind. Natürlich weiß die Hündin bei der Geburt ganz instinktiv, was sie machen muss. Aber trotzdem kann es sein, dass man eben mal unterstützen muss und es ist auch ganz normal. Ich denke mal Mirjam kann uns da erzählen, was ihr gemacht habt bei der Geburt. Also die Belle hat das total toll gemacht. Beim ersten Welpen war sie noch so ein bisschen irritiert, was sie machen soll. Da habe ich ihr dann nachher geholfen, die Nabelschnur zu durchtrennen und habe sie auch desinfiziert. Und bei der letzten, dann hat sie die Nachgeburten gefressen, die wir natürlich auch gezählt haben, damit man weiß, ob genau so viele Welpen rauskommt wie nachgeburten. Auf jeden Fall mussten wir die Fruchthülle öffnen und sie auch ordentlich wach rubbeln, warm rubbeln, haben dann auch darauf geachtet, dass wir die Flüssigkeit aus der Nase und aus dem Mund bekommen und waren dann sehr froh, als sie den ersten Schrei gemacht hat. Ja, super. Ja, das ist auch vollkommen normal. Also das ist jeder, der also zu Hause oder dessen Hündin zu Hause Welpen bekommt, wird das erleben und es ist ja letzten Endes auch ein schönes Erlebnis, damit helfen zu können. Wichtig ist immer, dass die Hündin dabei Ruhe hat. Dann ist es auch noch mal ganz wichtig, dass es Fälle gibt, in denen Hündinnen Welpen vielleicht nicht annehmen oder auch einzelne Welpen ablehnen. Da ist es dann sinnvoll, noch mal mit dem Tierarzt zu sprechen, was man in dem Fall dann machen soll. Der erste Tierarztbesuch der Welpen ist natürlich ein Riesenerlebnis für die Kleinen und was ganz wichtig ist, dass man während des Besuchs auch einfach alles mit total positiven Erlebnissen verknüpft, dass die Welpen im Endeffekt Spaß haben, beim Tierarzt zu sein, weil klar, im Zweifel werden sie noch mal in ihrem Leben dort sein müssen und die sollen dann keine Angst haben, sollen das irgendwie positiv verbunden haben und das kann man gerade am Anfang wunderbar üben. Und dann schaut man sich die Welpen natürlich an und das Wichtigste ist erstmal der Gesamteindruck. Man sieht, ist der Welpe kräftig, ist der vital, entspricht der körperliche Zustand seinem Alter und die Entwicklung ist normal vorangeschritten. Dann schaut man alle Körperöffnungen an. Könnt ihr mal schauen. Kleine Oskar hier ist gerade wach. Und ja, man schaut sich, da ist es fein. Man kann also wunderbar ins Maul schauen, schaut sich die Zähne an, schaut sich den Gaumen an, man guckt in die Augen, in die Ohren und schaut sich den Nabel an. Man guckt bei den Rüden, ob beide Hoden abgestiegen sind. Das kann man manchmal nur fühlen bei den Kleinen und nicht unbedingt so einfach sehen. Du machst das wirklich super. Ganz toll. Da kann man also ganz schön reingucken, kann alles sehen, was man sehen möchte. Wichtig ist auch noch mal die Wirbelsäule durchzutasten, nach eventuellen Wolfskrallen zu schauen. Da gibt es Rassen, wo die Wolfskralle ganz zuchtbedingt da sein soll. Hier beim Labrador zum Beispiel wollen wir sie eher nicht haben. Und ja, in der Praxis haben wir natürlich die Möglichkeit, mit entsprechenden Instrumenten wie einem Protoskop in die Ohren zu schauen oder mit dem Stethoskop auch abzuhören. Ganz wichtig, um zu schauen, ob das Herz gesund ist oder ob da vielleicht irgendwelche Erbfehler vorliegen. Wenn ich dann mir die Zähne hier angucke, jetzt nehmen wir mal hier den kleinen Kerl, dann kann ich immer auch schauen, ob der Kiefer gut steht. Mensch, als hätten wir es trainiert. Also man sieht hier, dass der Kiefer wunderbar endständig voreinander steht. Das heißt, wir haben keinen Unter- oder Oberkiefer, der zu lang oder zu kurz ist. Das sind also alles kleine Dinge, die man dann spielerisch, während man den Welpen so wie jetzt hier einfach ein bisschen auf dem Arm hält und unterhält. Einfach abguckt und schaut, dass alles in Ordnung ist. Im Alter von zwei Wochen sollten die Hundewelpen das erste Mal entwurmt werden. Da kann man die Hündin eigentlich auch gleich mit entwurmen und dann würde man bei den Welpen alle zwei Wochen das Entwurmen wiederholen bis ungefähr zwei Wochen nach der letzten Aufnahme der Muttermilch. Man kann die Welpen auch im Mutterleib schon schützen. Da gibt es dann spezielle Wurmkur, die man um den 40. Trächtigkeitstag geben kann. Das kann man einfach mit seinem Tierarzt besprechen. Ja, zum Thema Impfen. Es ist so, dass wir einige Infektionskrankheiten haben, gegen die wir impfen können. Viele davon sind sicherlich wichtige Impfungen. Die Hundewelpen haben normalerweise durch die Mutter Antikörper in den ersten acht bis zwölf Lebenswochen. Solange diese Antikörper der Mutter da sind, ist die Impfung wirkungslos, weil natürlich keine Antwort des Körpers darauf folgt. Deshalb sagt man, man impft mit der achten und zwölften Woche, um sicherzugehen, dass man diesen Impfschutz, sobald die mütterlichen Antikörper nachlassen, eben aufbaut. Und gegen welche Krankheiten man impfen sollte, welche vielleicht optional sind oder auch der Situation angepasst sein sollten, können. Das kann man am besten mit dem Haustierarzt vor Ort absprechen und einen individuellen Impfplan für die Welpen erstellen. Die Frage, wie schnell Welpen wachsen, ist so pauschal eigentlich gar nicht zu beantworten, weil es extrem rasseabhängig ist. Man sagt, ungefähr in der zweiten Woche haben die Welpen ihr Gewicht verdoppelt, in der dritten ungefähr verdreifacht. Aber das Schöne ist, es gibt sogenannte Wachstumskurven immer ausgelegt auf das Endgewicht der Rasse und anhand deren kann man sehen, wie die Entwicklung des Welpen abläuft. Man wiegt einfach jeden Tag, schaut auf diese Kurve und wenn ich da mich entlang der Kurve bewege, ist alles im Normbereich und alles ist gut. Ja, ausgewachsen sind die Rassen ja eben entsprechend auch sehr unterschiedlich. Wir haben Rassen, die nach einem, unter einem Jahr, in der Regel nach einem Jahr ausgewachsen sind. Das kann aber bis zu zwei Jahre dauern, bei besonders großen Rassen. Und da ist es eben, egal bei welcher Rasse, ganz wichtig, dass die nicht zu schnell wachsen. In ganz großen Rassen noch viel, viel wichtiger, weil es natürlich auch schwieriger ist, die langsamer groß werden zu lassen. Und in so einem Wurf zum Beispiel wird man auch immer ganz unterschiedliche Welpen und Gewichte vorfinden. Wir haben hier zum Beispiel ein Bild, das zeigt einen Welpen bei der Geburt und einen Welpen nach drei Wochen. Die kleine Maus ist deutlich kleiner auf die Welt gekommen als die anderen Hunde und hat das Gewicht aber eigentlich in der Zeit auch ganz entspannt wieder aufgeholt. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen. Die werden am Ende einfach so groß, wie die Rasse es eben vorgibt. Und der eine erreicht das Gewicht etwas langsamer, der andere etwas schneller und langsamer ist in dem Fall immer besser. Die ersten Zähne kommen so langsam mit drei Wochen. Wir haben auch beim Hund wie beim Menschen erstmal ein Milchzahngebiss. Es braucht etwa acht Wochen, bis alle 28 Milchzähne dann draußen sind. Wir wissen alle, dass die mal ganz spitz und viel zum Nagen verwendet werden. Da sehen wir dann, dass die einfach wirklich mit den Zähnen, mit ihrem Gebiss, auch mit der Zunge und allem, aber insbesondere dort die Umgebung erkunden. Und ungefähr nach 13 Wochen fangen die dann an, das bleibende Gebiss zu bekommen und einzelne Zähne zu wechseln. Mal findet man welche, mal werden sie einfach schon runtergeschluckt oder gehen irgendwo verloren. Da muss man sich auch gar keine Sorge machen. Funktioniert in der Regel wunderbar. Man sollte hin und wieder mal die Lefzen anheben und schauen, dass diese bleibenden Zähne nicht schon kommen, wenn die Milchzähne noch da sind. Wenn dann der Milchzahn noch sehr fest ist und ein bisschen länger noch bleiben möchte, dann kann es mal dazu kommen, dass dieser bleibende Zahn ein bisschen schief raus muss. Da sollte man dann mal seinen Tierarzt aufsuchen und fragen, ob man da vielleicht unterstützen muss. Beim Thema Ernährung sollte man darauf achten, den Welpen ein hochwertiges Welpenfutter anzubieten. Darin ist alles enthalten, was die Welpen in dieser speziellen Entwicklungsphase brauchen. Die bauen erstmal ein Skelett und auch der ganze Körper muss sich aufbauen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dafür auch die richtigen Bausteine anzubieten. Der Energiebedarf ist höher, der Nährstoffbedarf ist ein anderer als beim ausgewachsenen Hund. Man sagt jetzt hier bei einem Hund bis 25 Kilo und ein bisschen mehr, dass man etwa ein Jahr lang dieses Welpenfutter füttert oder entsprechend zwischendurch nochmal auf ein Juniorfutter umstellt. Und bei Rassen, die deutlich größer und schwerer werden, macht man das Ganze eben dementsprechend länger und langsamer. Ja, ganz wichtig dabei ist ja auch die Frage nach der Häufigkeit der Mahlzeiten. Das heißt, man orientiert sich am Anfang sicherlich ein bisschen daran, wie oft die Mutter die Welpen noch gesäugt hat. Ich weiß nicht, ihr seid jetzt in der sechsten Woche mehr. Wie oft füttert ihr jetzt zu? Wir füttern jetzt viermal zu und noch zwei Mal bekommen sie die Muttermilch. Für drei Minuten oder so sorgen sie zur Zeit. Ja, genau. Wenn die Mutter dann also langsam anfängt, das wirklich komplett abzulehnen, dann gibt es halt Welpenfutter. Und da steigt man mit vier bis fünf Mal täglich auch ganz gut ein und reduziert das dann entsprechend. Man sollte natürlich darauf achten, dass man jetzt nicht vor einer großen Aktivitätsphase oder wenn man Action mit dem Hund machen möchte, dann nochmal füttert. Das ist aber ja auch bei den erwachsenen Hunden so. Und deshalb kann man dann entsprechend auch ein bisschen individuell angepasste Futterrationen immer weiter reduzieren, sodass man irgendwann zwei bis drei Mal täglich füttert. Wie oft und wie lange man mit einem Welpen Gassi geht, kann man pauschal so eigentlich gar nicht sagen. Ganz wichtig ist es dabei, den Welpen natürlich nicht zu überfordern. Aber gerade am Anfang wird man ja erstmal im Garten oder in irgendeinem abgestreckten Bereich sein, mit dem Welpen zusammen dort die Welt erkunden. Und bevor man überhaupt darüber nachdenken kann, mit einem Welpen an der Leine wirklich klassisch Gassi zu gehen, muss der Welpe ja erstmal Halsbänder, Geschirre, Leinen kennenlernen. Erstmal wissen, dass das nichts ist, was ich mir den ganzen Tag vom Hals kratzen muss, sondern dass man damit eben einfach ganz normal durch die Gegend laufen kann. Dann ist es einfach wichtig, seine Welpen zu beobachten, zu schauen, werden die müde, haben die keine Lust mehr, lässt die Aufmerksamkeit nach. Und da ist es wirklich besser, man achtet auf die Tiere, man schaut ein bisschen, wann zeigen die Anzeichen von Müdigkeit oder wollen einfach nicht mehr so, werden bockig. Und dann ist es am Anfang vielleicht einfach mal nur eine Minute oder zwei. Und wenn dann irgendwann die halbe Stunde funktioniert, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Da muss man sich ein bisschen nach den Welpen richten. Die Hündinnen kommen etwa grob zwischen dem sechsten und dem achtzehnten Monat in die Pubertät. Das ist total rasseabhängig und bei der jeweilig gleichen Rasse sind die Rüden meistens zwei, drei Monate später da. Grundsätzlich ist in Deutschland eine Kastration ohne medizinischen Grund verboten. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur sage, die Hündin blutet und das versaut mir den Teppich, ist kein vernünftiger Grund für eine Kastration. Es gibt viele verschiedene Krankheiten, Verhaltensauffälligkeiten etc., bei der eine Kastration sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin angeraten sein kann. Das sollte man wirklich immer konkret in Absprache mit dem behandelnden Haustierarzt besprechen und dann, wenn nötig, eben die Kastration durchführen lassen. Grundsätzlich sagt man etwa 100 Tage nach der letzten Läufigkeit sollte kastriert werden, wenn die Hündin alle sechs Monate läufig wird, weil dann befindet sich die Hündin im Anöstrus. Das heißt, da ist das Gewebe möglichst inaktiv und man hat bei der OP möglichst wenig Komplikationen zu erwarten. Ja, vielen Dank Mirjam, dass wir hier heute bei dir, Bailey und den Welpen sein durften. Sehr gerne. Zeit mit euch verbringen durften. Ihr habt viel Spaß und wir hoffen, dass wir euch einen Einblick in das Leben und die Entwicklung der Hundewelpen geben konnten. Wenn euch das Format gefallen hat, dann hinterlasst uns doch einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Fertig. Auf Wiedersehen.